Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich habe super geschlafen, habe schön geträumt und mir neuen Stoff für meine Romane zusammengesammelt. Da wollte ich kurz drüber reden und später werde ich vielleicht noch ein längeres Video drüber machen. Ja, und zwar geht es darum, wie Fifty Shades of Grey das Schreiben verändert hat. Die Erotik wurde salonfähig. Also ich habe früher auch nicht darüber geschrieben, aber ich war mal in einer Radiosendung zu Gast und da war auch ein anderer Autor und er hat mir mal erzählt, er hat auch so eine Sexszene beschrieben und hat seinen Lektor gesagt, hör mal, du schreibst hier kein Porno, ja, entschärf das mal, wir sollen das lesen. Das hat sich vollkommen verändert. Heute sind erotische Romane in jedem Genre salonfähig und das finde ich auch gut. Das sind Pornos für Frauen und warum sollen wir nicht unser Kopfkino einschalten. Ich wünsche euch einen schönen Tag und alles Gute.